auf welches bier dürfen sich die büscher da freuen als mit brauer derzeit in lorch drei vier sorten helles dunkles weizen und saison hier das ist moment unser weihnachtsbruch durch die bürste der anlage können unsere kapazitäten unsere möglichkeiten erweitern wenn man dann zur abrundung des programms beim noch verschiedene kraft bier brauchen wir können dann noch mehr aktionsbildungen Untertitelung des ZDF, 2020